So ganz kann man sich nicht vorstellen, dass nächste Woche die Schule beginnt und der Herbst kommt und wir uns wieder warm anziehen müssen und Hormestiefel und Schalz und so, aber es zahlt sich aus, Sie werden es gleich sehen. Es wird Punkt, das sind die Kleider. An den Schuhen dürfen es natürlich Superfit-Schuhe sein. Achtung, an der Sekunde 2% an der Ärzte fehlen Superfit-Schuhe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.